Was hast du für Fragen mitgebracht heute? Die erste, dann bleiben wir doch gleich bei Athleten, ist, ob du oder was du jemandem empfehlen würdest, eine Strategie empfehlen würdest oder einen Tipp, der jetzt eine Bewältigungsstrategie fährt, wie zum Beispiel den Extension Bias, wie bei mir der Fall ist oder bei vielen oder bei fast allen Athleten der Fall ist, was du eben so jemandem empfehlen würdest, was er jetzt in den Alltag integrieren kann, jetzt nicht aufs Training bezogen, sondern eben, was er eben im Alltag beim Gehen in der U-Bahn, beim Lernen, ob es da irgendwas gibt, das du eben jetzt empfehlen würdest, dass er eben nicht durchgehend in dieser Bewältigungsstrategie sich befindet. Ja, das ist eine sehr interessante Frage, da ist natürlich, müsste man erst mal feststellen, woher kommt das eine, beziehungsweise, was ist die Grundlage für diese Strategie, für diesen Archetyp, also für diesen Extender-Archetyp? Ist die Programmierung der Artenmuster, ist das die Grundlage oder ist die Programmierung der Artenmuster eine Ableitung? Also wenn man von, ich weiß, wenn man Englisch spricht, dann ist die Kompensation, die erste Kompensation eine Manifestation in den unteren Rippen. Das ist vielleicht aber jetzt schon zu tiefgehend. Wenn du mir diese Frage stellst, dann muss ich natürlich gegenfragen, um was zu erreichen, also verfolgst du da ein Ziel? Weil wie jemand, der per se einfach in einem Extension-Bias ist, ist das per se was Schlechtes, könnte ich dich ja fragen. Nein, ist es nicht und da nehmen wir doch gleich mich als Beispiel her. Also bei mir ist es halt so, dass ich schon, dass ich jetzt noch keine Probleme habe, also Probleme mit dem Rücken oder whatever, aber das natürlich, wenn ich weiterhin einfach in diesem extremen Extender-Modus bin, sich doch in den nächsten Jahren irgendwas entwickeln könnte. Will ich es ganz heraus haben? Nein, natürlich nicht, weil es einfach mir was bringt, weil man einfach leistungsfähiger ist oder besser performen kann, wie man das jetzt auch immer sich hindreht, aber generell ist ein Extension-Bias schon auf diesem Kontinuum mehr oder eigentlich fast nur auf der Performance-Schiene angegliedert. Und ich denke einfach, dass es Sinn macht, dass man eben nicht durchgehend den ganzen Tag über in diesem Leistungsmodus ist. Außerdem hat es noch auch, natürlich, ich glaube, da haben wir im ersten Podcast drüber geredet, dass man in diesem Extension-Bias auch oft oder eigentlich durchgehend im aneiroben Zustand ist. Und eben da wieder diesen Off-Switch zu finden, mehr energieeffizienter zu werden, macht es wahrscheinlich einfach Sinn, sich durch irgendwelche Strategien eben aus diesem Modus zu kommen und einfach effizienter zu werden. Ja, hast du es selber beantwortet. Genau, um das muss es gehen. Also wenn es einfach darum geht, wie du dein Leben lebst, dann ist das natürlich das Entscheidende, weil wenn du herankommst und die Frage mir stellst und einfach nur aus dem Blickwinkel des Athleten mir diese Frage stellst, dann sage ich, bleib halt in deinem Extension-Bias. Ja, du wirst ja performen. Du bist aber als Athlet, selbst wenn du noch so viel trainierst, einfach auch Mensch und vor allem Mensch und dein Nebenathlet. Und von dem her ist es einfach so, dass deine Strategie, dein Leben zu leben, dein Leben zu bewältigen, sich dahingehend verbessern sollte, dass die, ich will es gar nicht quantifizieren, wenn man von Effizienz spricht, dann ist das schon wieder so ein bewertendes Wort. Aber du sollst halt auf alle Fälle eine Strategie lernen, wie du dein Atemmuster oder wie du strategisch atmest, auch schon wieder so holprig formuliert, aber wie du deine Atmung von der Atemstrategie eines Extenders hinbringst, eher zu einer ausgeatmeten Strategie. Einfach um das, was du gerade gesagt hast, so diesen Switch zu schaffen, dass du nicht nur im sympathischen Nervensystem hängst, sondern dass du auch mal förmlich ausatmest und vielleicht mal den Sympathikus Sympathikus sein lassen kannst und mehr den Parasympathikus nach oben bringst. Um das muss es ja gehen, dass du den Switch schaffst. Und da geht es natürlich dann um diese biomechanische Überforderung des Systems, wenn du dauerhaft einfach in Extension hängst. Aber es geht vor allem dann einfach auch um die psychologische und physiologische Überforderung. Also sprich, wenn du alle Strukturen immer auf Angriff hast, keiner ist auf Angriff ausgelegt, dann wird dein System relativ schnell zum Unterliegen kommen beziehungsweise einfach unnötig, ich nenne es mal abgenutzt. Und dementsprechend würde ich dir raten, dass du relativ schnell hergehst und Umschaltoptionen für die Bewältigung, für das Leben deines normalen Lebens findest. Das ist das Entscheidende, glaube ich. Da hat es mir tatsächlich eh schon brutal geholfen. Also da habe ich jetzt mittlerweile eh schon echt einen Riesenswitch gemacht, auch durch den Podcast über Stress, Shoutout. Der ist klasse und ich habe das jetzt eben, oder durch auch diese ganzen 90-90-Briefing-Drills, mir ist es wahrscheinlich vorher nicht aufgefallen, aber ich bin schon echt den ganzen Tag so über, eigentlich immer in diesem eingeatmeten Zustand gewesen. Da habe ich vielleicht auch von der Heiming wie mitgekriegt, weil meine Eltern auch nur am Hustlen sind und auf der Landwirtschaft und so. Du musst aufpassen, von was du jetzt sprichst. Also eingeatmet, bezogen auf dein axiales Skelett. Also du bist eingeatmet, bezogen auf die Portion deiner Wirbelsäule im Raum. Nein, ich meinte aber dann was anderes. Ja, du meinst im Endeffekt quasi Big Chest, die ganze Zeit. Genau, die ganze Zeit weit und vielleicht. Und einfach mal auszuatmen und einfach mal, ja. Da muss man nur einfach schauen, wovon man spricht, dass man einfach Begrifflichkeiten nicht vertauscht, beziehungsweise sich ganz klar auf eine Sache bezieht. Aber egal, ich habe schon verstanden, was du meinst. Ne, aber dass das einfach mal bewusst einfach mal runterkommt, Naseatmung und so weiter und so fort. Also seitdem ich das jetzt eingeführt habe, bilde ich mir ein, dass ich besser regeneriere und einfach ausgeglichener bin, denke ich. Also das ist echt. Und auch verdauungstechnisch, ohne da jetzt irgendwie ins Detail zu gehen, aber da hat sich auch einiges, nicht getan, aber das ist einfach, ich verdauere Sachen besser, weil einfach ich bewusst versuche, nicht durchgehend in diesem Fight and Flight Modus zu stecken. Weil du in dem nicht verdauen wirst. Ja, weil der halt... Atmung ist Information, was ich gesagt habe. Und wie du atmest, determinierst du alle Prozesse, alle Vorgänge, die bei dir als Mic ablaufen. Alle. Also wenn du deiner Verdauung, deinen regenerativen Prozessen, wo die Verdauung natürlich big time dazugehört, wenn du dem keinen Raum gibst, indem du quasi aus einem Angriffsmodus in einen, ja, Regenerationsmodus trittst, dann wirst du einfach das, was du aufnimmst, nicht richtig verdauen. Du wirst dementsprechend auch die Trainingsreize, die du setzt, nie richtig verdauen. Weil du deinem Körper gar nicht die Möglichkeit gibst. Das heißt, diese Effizienz, die du angesprochen hast, die ist einfach ganz, ganz wichtig. Und die sollte man sich immer vor Augen halten, dass eben beide Seiten der Medaille wichtig sind. Du willst performen, du willst Reize setzen. Und diese Reize müssen aber letztendlich auch verarbeitbar sein. Und das schaffst du eben nur, indem du deinem System immer diesen konstanten Wechsel ermöglichst. Diesen Switch einfach. Um jetzt nochmal auf deine Frage wirklich ursprünglich einzugehen. Also du musst atmen lernen. Du brauchst jemanden, der dir erstmal aufzeigt, wie du wirklich atmest. Welche Atmräume hast du zur Verfügung? Was ist die Strategie des Atmens? Also dann sind wir wieder bei Aero versus Anaero, wenn man das so sagen kann. Ein Extender wird vermeintlich seinen Rücken zumachen, dementsprechend einfach die Rippen blockieren und ganz anders Luft einströmen lassen können in seinen Körper als jemand, der vermeintlich eher, eher, wenn man das sagen kann, in einem, ja, in einem Modus ist, dass er mehr Raum im mittleren oberen Rücken zur Verfügung hat. Also das sind wir wieder bei dem Vergleich zwischen einem Kraftathleten versus einem Ausdauer determinierten Athleten. und das musst du einfach erreichen, dass du jemanden konsultierst, der dir da helfen kann, der dir das aufzeigt und der dir dann wirklich auch Möglichkeiten mit an die Hand gibt, diese Strategie zu verändern. Gerade einfach um den Switch hinzubekommen, dass du im Alltag eher mal sagst, oh, ich bin locker, nimm mal das Gas raus und so weiter, lass mal los. diese ganzen Begrifflichkeiten, diese ganzen Floskeln, die kommen nicht von ungefähr. Das wäre interessant, ob das mittlerweile schon im Profisport so angewendet wird, dass man einfach sagt, okay, jetzt ist Halbzeitpause oder Drittelpause, wenn man jetzt im Basketball oder im Eishockey spielt, ob das dann eben schon, ob da schon während der Halbzeitpause eben solche Atemdrills oder Briefing-Technics, whatever, angewendet werden, um eben einfach diesen Off-Switch zu machen, mal kurz durchzuschnaufen. Das wäre echt interessant, ob das da schon so angewendet wird. Ja, definitiv. Um dann ja letztendlich dich nicht komplett runterzupießen, sondern dann auch wieder nach oben zu bringen, was ja durchaus möglich ist, logischerweise. Also mit dem Hoff-Methode als bestes Beispiel dafür. Okay, ist das ausreichend? Ja, oder? Nee, das ist aber das andere. Ja, man könnte natürlich die Frage schon nochmal weiterspielen und auch insofern, als wie du tatsächlich trainieren solltest. Das ist wahrscheinlich ein eigenes Gespräch für sich, aber das ist eine ganz wichtige Sache natürlich auch, was wir auch schon besprochen haben. Wie definierst du und wie bestimmst du die Inhalte deines Trainings? Und deines Trainings innerhalb vom Gym? Das so muss man sehr wahrscheinlich auch nochmal weiterhin differenzieren. Und das ist ganz klar, was ich immer sage. Also dieses Kontinuum zwischen Power-Output, ja, also Leistung und Funktion slash Gesundheit slash Leben leben. Ich glaube, wenn man es da erreicht, dass man egal zu welchem Zeitpunkt in einer Saison einem Athleten Inhalte von allen Bereichen mitgibt, ich glaube, dann macht man einen guten Job als Strength and Conditioning Coach. Absolut, ja. Das habe ich eben jetzt auch versucht in meinem Training zu programmieren, mehr oder weniger, dass ich eben manche Übungen, zum Beispiel explosive Übungen, Power-Übungen, Madballs, Slams oder sei es jetzt irgendwie Plymatrix, da brauche ich, oder da muss ich natürlich im Extension Bias sein, auf dem Spektrum, ganz auf der Leistungsebene. Aber dann eben bei Isometrics zum Beispiel, da versuche ich dann natürlich, den möglichst zu vermeiden, damit ich eben ja beide Seiten vernünftig bespiele und nicht durchgehend die zwei Stunden im Training durchgehend in dem hier hänge und dann aus dem Gym rausgehen immer noch in dem hier hänge.